So ein Blueprint oder einfach so ein Sattel im Airdrop finden wäre schön. Wenn da Mantas im Wasser sind, brauchst du gar nicht zum Airdrop runter, die hauen dich instant weg. Können wir eigentlich schon Flakrüstung machen? Wie hast du gespielt? Flakrüstung. Ah, Level 50. Geht eigentlich. Ja, und? Wie ist Level hast du? 38. Ja. 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 ich muss mir ein neues bino glas machen das ist jetzt endgültig von unten das ist toll ich erinnern bis du bist da ein bisschen hält schittin wärmer oder oder kälter als leder gute frage die gilli rüstung ist ja mehr so für heiße gebiete hallo ja oder nein das ist nichts du bist doch der rüstungsexperte warum setzen sich das viel nicht hin dann gehe ich jetzt nur mit dem nötigsten einfach mal ein paar airdrops looten rüstung nehme ich noch schickchen rüstung mit um was zu essen vielleicht haben wir ja glück und haben einen adlersattel drinnen mehr wer zu schön um bord zu sein da wäre echt cool weil dann könnten wir uns den bieber einfach grabben dann machen wir uns hier irgendwo ein theming gehege und schmeißen den da rein schickst du wenn du nach der mauer noch lust hast kannst du hier so ein kleines so einen kleinen abgesperrten bereich ach guck mal da kommt ein lila airdrop ich würde jetzt narkoberries sammeln oder bauen ja bau scheiß auf narkoberries machen wir später wir müssen jetzt sowieso erstmal irgendwie nen adler kriegen das wir grabben können ich bin drauf gekommen die hütte steht irgendwie blöd die hütte? warum? ja weil da oben eine viel schöner gerade fläche wäre ja gut das war eigentlich auch nur mal kurz foundations bei uns zum leveln eigentlich wollten wir ja komplett auf dem schiff erst mal ja dann baue ich da die mauern hier wir haben eine größere fläche ja wir können auch ja ist es direkt am wasser? ja nur sicher gut dann ja ne ein stückchen einfach weiter da wo du die fläche dann anfängt ich habe trotzdem einen eisblock block block ist gefährlich ja keine fackel und kein lagerfeuer mit zum notfall oder? ne 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 gut ne gut ne ich loot jetzt einfach nur ein paar drops ich war jetzt nur kurz im schneegebiet ich gehe jetzt zur centerinsel da ist noch ein blauer die hast du auch noch nicht gesehen ne? die schwebende insel ne die hast du auch noch nicht gesehen ne? die schwebende insel ne 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 ich baue jetzt gut schnell wieder weg Ohhh ein blueprint für eine blaue pike hast du grad ne pike dabei? ja sag mir mal 40 100 ok jetzt haben wir 95 130 blueprints auch noch geht ja aus dem blauen airdrop ganz gut cool ist ne raptor armee 5 stück auf einen haufen raptor armee ne 5 stück nö nö hier geht aber auch der teufel der nö 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 ein paar bieber dämme looten lohnt sich immer dämmer loot lohnt sich also nicht es gab ja reclue reset ne scheiß drauf oder malok ist das sowieso kacke desto ich bringe auch 10 pelz mit hilft dir das weiter aber das ganze holz und so das droppe ich das ist jetzt ich gehe jetzt ja kein holz fahren endlich schwert ich hab auch schon eins in meine kiste in meine kiste mein schwert ich bin schwert ja in meiner kiste und da ist ja eine geile ruine die ist ja mega groß du bist ein altes dreckschwein ja du alles voller ruinen crafting station braucht man für die nc sachen oder äh ne das ist die nc smithy crafting station ist für extra arg für die doppeltüren und die safes und so sehr gut das ist das falsche das ist die nc smithy kostet glaube ich keine nc smithy oder die crafting station kostet einen ep oh scheiße dann können wir das vergessen du hast es verkackt mach dir lieber einen neuen charakter ja ich geh sterben ja wooden fence foundation ja bebe und dann brauchen wir noch das brauchen wir ja ja nein Das brauchen wir noch, das brauchen wir noch NC ist Missy, der ist ja schon Ha 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 Alpha Kano Warum gibt es keine NC Tino Behemoth 2 Puh, die gibt es halt nicht Warum auch immer Ich bin blöd Ist ein bisschen blöd Bischen Oh, was ist jetzt los? Ich bin so voll, ich muss mich nicht mehr bewegen Also Oh, what a feeling Dancing on the ceiling Ich Äh Voller die Waldsee Ja Ich glaube grüne Shorts bringen uns nicht so viel, oder? Müssten schon Blauer und blauer sein Ist du wahr? Die Das ist der da da ist kannst du ein Bino-Glas machen? ne selbstbreit ich sehe du bringst dich ein in die Sache wo du nur kannst ey ich baue hab ich gesagt sonst gar nix dann baue mal ein Bino-Glas nimm mein Bino-Glas ich hau's in deinen Schrank du bist der Explorer da unser Baumeister ja nix baut muss ich das machen da ist schon drinnen war's ja ich werde gleich mal versuchen einen gelben zu looten ach nee, gelb geht ja noch gar nicht hab ich gar nicht wahr schreit 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 nicht schreit 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 Ähm, was ist los? Was? Ach, verdammt. X, ich steh jetzt schon hinten mir selbst. Es ist schon so weit. Es ist schon so weit. Also, Dinger im Wasser zu looten ist auch schon ganz schön riskant. Kann man Wasser looten? Dinger im Wasser looten. Dinger im Wasser looten? Ach, Schnauze. Ich schau. Oh, shit. Na, ich mag jetzt nicht Steine holen. Okay, also einen gelben Sattel, glaube ich, haben wir gekriegt für einen Skorpion. Was? Gelber Sattel? Für einen Skorpion. Elber Skorpionsattel? Ja. Was bringt der auch nicht? Meister. Ne, Skorpion. Ja. Was soll ich denn machen? Soll ich sagen, nee? Scheiße, Manta. Petra, komm jetzt. Oh, das war ein. Puh. Ich hab die falsch eingestellt. Was geht's los? Ach so. Hä? Oh, Blödsinn. So, jetzt kann ich mal nachgucken. Das ist... So, jetzt wird's. ich habe mal nachgucken. Vielen Dank.